Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Ich brauche eine Werbung für so ein neues Süßgetränk. Hallo, ich bin der Gestaltungsengel. Ich habe gesehen, dass du Probleme mit deiner Arbeit hast. Deswegen werde ich dir kreative Tipps geben. So wirst du deinen Boss auf jeden Fall zufriedenstellen. Am besten fängst du mit Brainstorming an. Wichtig ist, dass du in einen Gedankenfluss kommst. Wie du das machst, ist egal. Im Liegen, Sitzen oder was am besten passt. Anschließend kann es hilfreich sein, die Ideen in ein Mindmap zu packen. Dabei werden Stichwörter um das zentrale Thema herum aufgeschrieben. So wird alles sortiert und es wirkt übersichtlich. Am Schluss kann man noch ein Moodboard erstellen. Es besteht aus verschiedenen Bildern, welche die gewünschte Stimmung vermitteln, einer Farbpalette und Schriftproben. Das Moodboard bringt Gefühle rüber und stellt die gewünschte Stimmung eines Produktes dar. Ein Moodboard sollte am Schluss ähnlich wie eine Collage aussehen. Ich wünsche dir nun morgen viel Erfolg! Jack, wieso arbeitest du nicht? Ich bin am Abendboss. Ich brainstorme. Wenn dein Vorschlag heute Mittag nicht auf meinem Schreibtisch liegt, bist du gefeuert. Mm? Mm? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.